Musik 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 Vielleicht sogar im ersten Halbmarathon ein langsameres Tempo wie hinten raus, wie wichtig ist es hier für die Läufer? Und dann wirklich sich an dieser Zeit zu orientieren. Ich glaube, du wirst es im letzten Jahr beim Franco-Naton auch am eigenen Gruppe gespürt haben, du hast ja auch mir erzählt, dass du relativ vorsichtig angelaufen bist. Im Marathon reden wir einfach über eine Distanz von 42 Kilometern und jeden Kilometer, den ihr am Anfang zu schnell lauft, das werdet ihr am Ende natürlich büßen, in Anführungsstrichen. Ihr habt Energie verschwendet, die ihr eigentlich für die letzten Kilometer noch braucht. Von daher lauft vorsichtig an, lauft wirklich sehr gleichmäßig und die Forma Hastix bietet euch seit vielen Jahren mit... ...Karsten, Dankeschön für die Infos und viel Spaß wohl. Wenn er mich anspricht. Genau. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.